so hallo leute hier wieder alias special wonder pt heiler sleeping definitiv edition talks level 9 10 11 es geht weiter gestern level 8 9 10 level 8 beendet weiter gespielt wird heute und ich freue mich schon also nächste station nächster anhaltspunkt für mich muss mal sehen weiß nicht genau wo ich hingehöre gerade erst aufs motorrad aufgestiegen letzter speicherpunkt okay ein street rennen so wie es aussieht hier schon ein paar fahrzeuge vor ort die auf mich warten mit dem polizei auto streetcar rennen straßenauto sich mit dem polizeiwagen und geht schon los fantastisch super beschleunigt nicht sehr schnell das polizeifahrzeug aber müsste trotzdem zu schaffen sein hier den ersten platz zu ordnieren und zu gewinnen den dring ich gleich mal von der straße ab weg von der street der wagen hat schaden genommen nicht viel gut aber egal weiter gehts der wagen hat schaden genommen nicht viel gut aber egal weiter gehts der wagen hat schaden der wagen hat schaden der wagen hat noch nie gegen den red pole ja schön gefahren super way der wagen hat sich aber auch nicht viel mehr zu machen die gala 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 Super ich bin weiter. Danke meine Fans. Danke meine Abonnenten. Danke YouTuber. Und weiter geht's. Irgendwie einbauen. Wie viel Gegenverkehr ist hier? Also Level 19, 11. Heute geht's weiter. Mit Wei Shen, Sleeping Definitive Edition Dogs. Hier könnte ich abbiegen. Ja, mach einen Drift. Hier Orangene markieren für das nächste Event. Motorradrennen. Jawohl. Jawohl. Ah, Motherfucker. Denkt mich von der Straße ab der Arsch. Aber schon wieder zurück. Ah, fuck. Auf dicker Müll. Auf dicker Müll. Tischlampen. Ah. Ja. Okay, also bis jetzt läuft nicht so gut bei den Spielbönen. Mit meinem Motorrad. Ich hoffe das wird noch besser. Bis jetzt alle Zeitfahrten gewonnen beim ersten Mal. Aber heute sieht es nicht so gut aus. Aber es müsste eigentlich noch abzuholen sein. Ich versuch's jedenfalls. Ja. Sehr schön gefahren. Auf dicker Müll. Effel Leistung. Die Stoff. Lose Weight. Lose Weightchen. Jaaaaaaaa. Wuhuuu. Wieder abzukommen. Das Training gewinnen. Ja, ich versuch's hier. Oh Gott. Das war ein zweiter Versuch. Also zum ersten Mal bei einem Zeitrennen verloren und wieder neu starten müssen. Ich hoffe das wird jetzt. Das bringt mich immer von der Strasse ab, der Arsch. Also die Ersche. Aber hier hat es optimal erwischt. Die Turf in dieser Engengasse. Verdammter Müll. Jetzt könnte es was werden mit der Führung zu übernehmen. Ja, sehr gut. Jetzt bleibt es nur noch Position halten und auf Sicherheit fahren. Aber das wird schwer hier in den engen Kurven, in die man sehr schnell einfallen kann. Aber jetzt auch wieder perfekt erwischt, diese Linkskurve. Könnte sich ausgehen. Momentan wirklich gut in der Zeit. Gute Position. Erster Platz. Woah! Jawoll, 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 jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll! Gewonnen! So stelle ich mir das vor an so einem Tag, hier dritte Street Rennen, damit mich nicht alles täuscht, vielleicht gleich alle Rennen beenden, die ich hier in unmittelbarer Nähe ich habe Auto Street Rays Rennen und Motorrad Street Rays Rennen, egal, jetzt jedenfalls das Nächste Los Rays zusammenreißen, zweiter Platz, Triebstoff Junge Ja, ich bringe dich gleich von der Straße ab, du hast hier nichts verloren, du hast hier nichts verloren Wow Die Gas Ja, keine Chance gegen mich Was mir gerade eingefallen ist, in den nächsten paar Levels wird schwieriger, da kommt ein sehr anstrengendes Level, was sehr schwer zu meistern ist Ich freue mich schon darauf, aber bis jetzt und bis dann noch die Street Rays Rennen und gewonnen Burn Session Okay, blaue Markierung, gelbe Markierung, welche nämlich zuerst, die am nächsten ist, zu mir liegen Fliegen Drift, sehr schön Wow Hotshot hinweg Hotshot hinweg Ok, hundertt, sichtlich Meter Hotshot hinweg Ok, hunderts, sichtlich Meter Ok, hunderts, sichtlich Meter Das liegt ja mittlerweile, okay wo gehöre ich hier hin. Mach kurz nen Drift um die eigene Achse. Sehr gut und Vollgas. Dritteres Pedal durch von diesem Kleinbus. Wait! Damit wir schneller an unserem Ziel sind. 230 Meter noch. Oh, wo fahrst du hin? Bei mir hört mich zu viel Schaden. Ja. Back of the street. Let me fix my car up. Then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Bring sie einen Wanze unter... Ok, Wanze platzieren. Not much. You? How's your dad? H.K.P.P. I told you, that's something you could do first, alright? I don't need a car. Do you, that's what I'm doing? I'll tell you about it later. Oh, okay. You're coming up soon? No. 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 Oh fuck, leider angefahren an dem Wagen, da kann man nichts machen, kurz nicht aufmerksam Jetzt müsste es eigentlich klappen, jetzt müsste es eigentlich klappen Holt hier seinen Freund ab und dann geht es auch schon weiter Ja genau, dämpft die Zigarette aus, du Schwachkopf Was ist jetzt los? Osser Reichweite Ok, muss ich nochmal versuchen Ich muss dann noch kurz meinen Laptop ans Kabel anhängen Kurz Unterbrechung, sorry Leute Oh shit Nachdem ich hier Hotshots Wagen verfolgt habe Mir ist gerade aufgefallen, dass der Arte ist ganz am Ende ist Every time I turn around, that guy shows up And usually the cops aren't fine behind Started racing the other day Talk and talk You think he's a rat? Or on the cop They had a problem with that a little while back You think they kill a cop and the police just go away So now he's in trouble if he is I'm 18K, what do I care? But if I was you, I wouldn't let him see you do anything and walk away This town is full of morons, Naz It's up to me to put them into place Yeah? Why? Hugged by the name of Ace, talking a lot of trash Now the fool actually wants to race No one counting for people's intelligence these days You gonna take him out? Uh huh, motherfucker won't know what hit him Tell people he's gonna take me down What? Don't worry, he races me They'll be scraping off the pavement Sticky little pieces Looks like you have little choice, huh? Shirk, I don't think Just a little bit It's Wei Hotshot's gonna race Ace And he's talking like he's not gonna let Ace make it to the finish line alive Do you know where and when? Not yet One other thing Hotshat and his friend Naz suspect are a cop Nones is saying The drug smuggler? You know him? Ja, ich weiß ihn. Er ist ein Informant für HKPD. Er ist derjenige, der hat uns auf den Hotshot in der ersten Zeit genommen hat. Der Mann ist auf beide Seiten der Gegend. Du willst mich zu sagen, ihn zu shut up? Nein! Ich habe ihn zu helfen, Inspector, aber nicht wenn es mich geklert hat. Alles, was du kannst, um mein Cover zu halten. Ich werde mit Nas selbst. Alles klar, Wei. Alles klar. Für jetzt, wissen wir, ob wir wissen, ob das Rass ist. Also, sorry, mal kurz das Kabel anhängen. Aim. Jetzt, wo sind so die Sektor-Kabel-Liebe? Ja, genau. Und schon wieder zurück, entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber geht schon wieder weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 So, weiter geht's. Hoffentlich gibt's bald wieder was. Good luck! Schlampenkinder. Nutenkinder. Verträgten. So, du Hurensohn. So, ein paar Ken. Dankeschön. Fotzenröhrig. I know you want fishbowls. Thank you very much. I hate fishbowls. Burnout-Session. Burnout-Session. Okay, mal in Center gucken, in die Zentrale. Okay, hier gibt's also nichts Neues, wieder zurück auf die Strasse. So, hier leugnen noch keine Markierungen aus. Also ist hier ein Attentäter, okay. Ja, kurze Schlägerei hier für ein wenig Geld oder so. Ah, hier ist der vierte oder fünfte von 40 oder so. Nein, sechste schon. Vielleicht schaffe ich dieses Mal alle zu finden. Geht mir aus der Bahn, diese fichten Leute. Noch eine Schlampe. Obstabhängen. Geht mir aus der Bahn, diese fichten Leute. Geht mir aus der Bahn, diese fichten Leute. Noch eine Pulle. Geht mir aus der Bahn, diese fichten Leute. Geht mir aus der Bahn, diese fichten Leute. Es ist der Ex-Community! Es ist der Ex-Community! Jawohl, alle erledigt! Ich brauche ein schnelleres Fahrzeug Es ist mir einfach zu lahm die Kiste Diese hier auch irgendwie nicht schneller, aber... Vielleicht der Motorrad tut es so, wenn hier wo eines abgestellt ist Zu kapern Okay, habe ich eine... Feithalle, okay, egal, ich schaue mal in die Feithalle Ja, die Statue habe ich bis jetzt zwar keine neue, aber... Alright, let's start! Let's do this! Diana... icki Y! 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 Yeah! Spezial Super. Bring it! Oh, fuck! Fuck! I didn´t get caught up! Slampenpink! We're going to fight or what? Bring it. Bring it. No one can hold me. Step right up. Step right up. RP. RP. Come on. Come on. Come on. You're gonna go. Ah! Come on! Come on! Come on. Wauw! Versuch's Arschloch! Das ist einfach für dich gleich aus dem Kopf holen, du Wichser! Das ist einfach für dich! Okay, dann wird das Film schon beendet, ja. Das ist einfach für dich! Das ist einfach für dich! Das ist einfach für dich! Wow! Das ist einfach für dich! Das ist eine Strassenschlagerie, oder was? Feige! Das ist einfach für dich! 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 Musik Kurz in meine Wohnung gucken Oh nein, falsche Tröte Mhm. Free guy though. Yeah. Fittest leader there. Fittest leader. Fittest leader. Was ist das? Ja, aber ich bin in den Mühleimer. Hier kommen noch ein Bau, habe ich so das Gefühl. Ja, heum auf die Schnauze, Will. Ja, schöner Kick. Okay, das war es dann wieder vorerst aus Level 1911. Ich werde mich jetzt ein wenig schlafen legen. Und dann geht es auch bald wieder weiter mit den nächsten Levels und nächsten Missionen. Und vorerst dabei mal in mein Zimmer und in mein Bettchen liegen und etwas schlafen. Dann bis bald.